Hallo liebe Sperrwurffreunde und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal wieder ein paar Schulterkräftigungsübungen. Nicht wie in einem meiner letzten Videos, wo ich euch allgemeine Kräftigungsübungen für die Schultermuskulatur gezeigt habe, sondern heute wird es sperrwurfspezifischer. Das heißt, ich zeige euch heute meine Top 5 Übungen für die Muskulatur bei der Abbremsbewegung, beim Abwurf, beim Sperrwurf. Und wie man diese kräftigen kann, bzw. wie man die gezielt ansprechen kann, indem ihr sozusagen einen Rückwärtswurf macht. Aber nicht nur mit dem Ball, sondern auch am Seilzug oder auch mit freiem Gewicht. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Übung gerne auch als Aufwärmübung vor eurem Wurftraining integrieren. Bevor ich aber gleich mit den Übungen beginne, denkt bitte daran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann seid ihr nämlich immer up to date. Wenn ein neues Video hochgeladen wird, drückt doch gerne auch den Like-Button und teilt eure Gedanken unten in den Kommentaren mit. Denkt aber bitte daran, dass ich diesen Sport schon über 10 Jahre ausübe und auch die Übungen in mein regelmäßiges Training integriere. Also, falls ihr irgendwelche Probleme haben solltet in der Schulter oder in der Schultermuskulatur, lasst es bitte vorab checken. Geht zu einem Arzt oder zu einer Ärztin, bzw. zu einem Physiotherapeuten oder zu einer Physiotherapeutin. So, für die erste Übung habe ich hier einen Terra-Ball. Der ist jetzt ein Kilo schwer. Und das reicht für die Übung. Der Ball muss nämlich auch von der Wand wieder wegdopsen. Und je schwerer der Ball ist, desto schwerer ist es natürlich, dass der Ball wieder zurückdopsen. Von daher ein Kilo. Ihr stellt euch mit dem Rücken zur Wand. Ungefähr schulterbreit. Geht leicht in die Knie. Bauch und Rücken sind angespannt. Dann nehmt ihr den Ball in die rechte Hand. Ich mache es jetzt mit der rechten Hand vor. Natürlich könnt ihr diese Übung auch mit der linken Hand mitmachen. Dann nehmt ihr den Ellenbogen auf Schulterhöhe. 90 Grad sollte der Schulterwinkel zum Oberkörper sein. Dann habt ihr einen 90 Grad Winkel hier im Ellenbogen. Nehmt den Ball in die Position. Habt ihn schön fest. Und dann werft ihr den Ball einfach rückwärts gegen die Wand. Versucht auch hier stets den Bauch und Rücken stabil zu halten. Und die 90 Grad sowohl in der Schulter als auch im Ellenbogen zu halten. Davon macht ihr 10 bis 12 Wiederholungen pro Seite. Als nächste Übung machen wir, würde ich sagen, einen klassischen Rückwärtswurf. Das heißt, wir gehen in die Wurfausgangsstellung mit den Beinen. Gehen aber hier leicht in die Knie. Ihr holt aus, indem ihr mit dem Ball ans linke Knie geht. Und dann über die rechte Schulter den Ball nach hinten wirft. Ihr holt aus. Und werft den Ball hinter die rechte Schulter nach hinten weg. Ich mache es nochmal. Rechte Hand ans linke Knie ausholen und über die rechte Schulter wegwerfen. Ihr könnt hier versuchen, sobald ihr den Ball hinten losgelassen habt, in eine ähnliche Ausgangsposition zu kommen, wie wenn ihr den Speer in der Rückführung habt. Sodass er die komplette entgegengesetzte Bewegung macht. Und sobald der Ball die Hand verlässt, in dieser Position kurz aus hat. So, die nächste Übung ist sehr ähnlich wie die letzte Übung. Nur haben wir jetzt eine Gewichtsscheibe in der Hand und keinen Ball. Und wir lassen die Gewichtsscheibe auch am Ende der Übung jetzt nicht los. Das heißt, wir gehen in die gleiche Ausgangslage, wie eben bei den negativen Würfen. Das kann man auch sagen. Das heißt, wir gehen hier in die Ausgangsstellung, in die Wurfausgangsstellung. Wir gehen auch hier wieder leicht in die Knie. Gewichtsscheibe ist in der rechten Hand. Das heißt, wir haben das linke Bein vorne, das rechte Bein hinten. Wir gehen auch hier mit der Gewichtsscheibe ans linke Knie und holen aus. Und gehen dann in einer weiten Bewegung in die Wurfauslage. Ihr könnt auch probieren, dass wenn ihr hier nach hinten geht, leicht die Hand bzw. mit dem kleinen Finger nach innen dreht. Sodass auch hier wieder eine gute Wurfauslage kommt und das dann auch kurz haltet. Ausholen, hinten gehen, eindrehen. Und die Übung könnt ihr natürlich auch hier wieder mit der linken Seite machen. So, die nächste Übung ist auch wieder recht ähnlich zu den Übungen mit dem Ball als auch mit der Gewichtsscheibe. Wir nehmen hier jetzt den Seilzug, gehen auch hier gleich wieder in die Ausgangsstellung. Ich mache es mit rechts vor. Das heißt, wir gehen mit dem linken Bein mit hervor. Das rechte Bein steht hinten. Und wir ziehen den Seilzug bzw. den Griff von links vorne nach rechts oben in einer geraden Linie. Ich nehme den Seilzug mit dem Griff in die Hand. Linkes Bein ist vorne, rechtes Bein ist hinten. Wir können auch hier wieder leicht die Knie geben. Lasst euch nach vorne ziehen und zieht den Griff in einer geraden Linie nach hinten oben. Versucht dabei zuerst mit der Schulter zu ziehen, dann mit dem Ellenbogen. Dann kommt ihr hier nach oben, dreht und zieht den Arm wieder gerade. Wie ihr seht, ich beuge auch den Ellenbogen, sodass ich aus der kompletten Armmuskulatur das Gewicht nach oben ziehe. Und die Übung könnt ihr natürlich auch hier wieder mit der linken Seite machen. Das heißt, rechte Bein steht vorne und mit dem linken Arm zieht ihr das Gewicht nach oben. So, die nächste Übung am Seilzug, die ist auch wieder recht ähnlich wie mit der Vorgängerübung. Das heißt, wie ihr seht, wir stehen nicht, sondern wir knien. Das heißt, ich mache sie damit rechts vor. Wir sind auf dem rechten Knie. Das sinke Bein ist vorne. Das Knie ist hier im rechten Winkel. Wir nehmen auch hier den Griff in der Hand. Stehen aufrecht im ersten Moment. Lassen uns vorziehen. Und ziehen dann das Gewicht, wie bei der letzten Übung, von unten nach oben. Auch hier wieder mit dem kompletten Arm. Ellenbogen ist zwischenzeitlich gebeugt. Und streckt nach hinten oben wieder raus. Ihr könnt die Übung jeweils mit drei Sätzen, mit 10 bis 12 Wiederholungen, gerne in euer Training einbauen. Wie ihr gesehen habt, die Übungen sind alle recht ähnlich. Das heißt, ich würde vorschlagen, ihr macht die Übungen nicht alle nacheinander. Sonst fällt euch vielleicht die Schulter danach ab. Wenn ihr das als Aufwärmübung vor eurem Wurftraining machen möchtet, macht gerne ein, zwei Übungen. Dann ist die Schulter auch schön warm. Dann passt die Sache. So, das war es auch schon mit der letzten Übung vom heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen für euer wursspezifisches Training mitgeben. Und denkt bitte daran, euer Training stets an eure individuellen Bedürfnisse anzupassen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und auch mehr solcher Videos sehen möchtet, dann lasst doch gerne ein Like da, kommentiert fleißig unten in der Kommentarspalte. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dann seid ihr immer up to date, wenn natürlich ein neues Video hochgeladen wird. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt fit, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao.